Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank zur Reparatur und den habe ich gerade abgeraucht. Und zwar, der Kunde reklamiert, da fehlt Kältemittel, der läuft immer an und ab, hat dann vorbeigebracht, jetzt steht er hier. Und ich habe den verkehrt angeschlossen, plus und minus. Und jetzt hat es hier hinten gequant, weil der Kühlschrank hat keinen Verpolungsschutz. Ich habe hier ein Netzgerät, eins mit Vorrangschaltung, mache ich euch ein Video, das ist noch das alte Link dazu. Hier habe ich plus minus rot-schwarz, das ist meine Baustelle. Und ich habe dann das braune Kabel auf plus gehängt und schwarze Kabel auf blau und wollte den laufen lassen. Und dann hat es gequant. Jetzt habe ich den verkehrt angehängt. Und wenn ich dann dieser Leitung nachgebe, das kam vom Kunden bis hierher, ist von mir, das ist zweimal ein Quadrat Kabel. Das sind also, ich sage mal, vier Meter Kabel bis hierher, ein Quadrat. Das spielt ja keine Rolle. Ich löse hier die Klemme. Und hier ist das Kabel, das braune auf minus. Ich habe nicht geschaut, wegen dem ist der Kühlschrank jetzt abgeraucht. Schauen wir nachher. Und hier. Und wenn ich dann das hier so aufmache, Gummi weg. Dann ist hier plus und minus einfach zusammengedreht. Und ich denke, andere Seite auch. Ja, Elektrik ist schön, aber lass doch die Finger davon. Kann man nicht so sein lassen. Jetzt muss ich eine Wago-Klemme holen oder sonst was. Also, wenn ihr schon an der Elektrik rummacht, nehmt mir hier eine Schraubklemme oder eine Pressklemme oder so eine Wago-Klemme. Die ist okay. Kann man brauchen. Kann man was damit anfangen. Die könnt ihr aufmachen, reinmachen. Da könnt ihr Drähte reinmachen oder auch irgendwas anderes. Aber nicht die Drähte so zusammendrehen. Erstens, hält's nicht, macht nicht Kontakt, die Scheiße. Wortwörtlich. Und ich hab mal gelernt, da gibt's, man soll sowieso rot und schwarz nehmen. Wenn ich dann blau und braun nehm, ihr wisst, die, die blau sind, die einem zu viel an der Birne haben, das sind eher die negativen. Ja, jetzt. Das muss jetzt sein. Muss jetzt angehängt werden. Punkt. Äh, ich häng jetzt das an, mit Widerwillen, aber ich will euch was zeigen. Hier auch anhängen. Also, ich sag mal, die Verbindung, die ich jetzt hier hab, die ist zwar immer noch scheiße, weil das Kabel zu dünn ist, aber ich hab wenigstens ne vernünftige Verbindung. Und das mit dem Zusammendrehen und diesem Klebeband, das ist ein No-Go. Also, ich hab hier oben, ich fahr wieder ein bisschen zurück, mit meiner komischen Werkstatt hier. Ich hab hier mein Netzgerät, hier komm ich rein mit 230 Volt, unten komm ich raus mit 12 Volt. Ja, und jetzt hab ich's eben so angehängt, wie ich's gewöhnt bin. Blau ist Minus. Und jetzt muss ich hier noch umhängen. Dann läuft auch dieser Kühlschrank. Punkt. Kühlschrank läuft an, das hört man. Also, ich hör's. Ventilator. Ne, der hat keinen. Der Kompressor läuft. Wenn ich jetzt hier die Spannung. Nullkommas sowieso, das ist fast gut. Und ich messe hier die Spannung. Am Netzgerät. Dann hab ich 13,5 Volt. Da komm ich jetzt schlecht dazu. Ich messe hier direkt an der Klemme vom Kühlschrank. Hier hab ich 12,3 Volt. Sprich, ich hab einen Spannungsabfall im Betrieb von 1,2 Volt. Ich muss jetzt hier loslassen. Wenn ich den Kühlschrank hier von mir aus ausschalte. Dann ist er aus. Dann hab ich hier wieder die 13,3 Volt. Was der Kühlschrank vom Netzgerät hat. Wenn ich das wieder einsteck. Dann hab ich wieder 13,5 Volt. Jetzt springt der Kompressor an. Er dreht hoch mit der Drehzahl. Und dann bin ich wieder auf 12,3. Ja. Also ich hab hier einen Spannungsabfall. von hier über diese dünne Leitung bis hier an den Kühlschrank von 1,2 Volt. Ob hier dann die Batterie ist. Also anstelle vom Netzgerät eine Batterie. Das könnte man auch eine Batterie nehmen. Ist ja dann fraglich. Jetzt wenn ich hier nicht 13,5 Volt hab auf der Batterie. Sondern ich hab von mir aus 12 Volt. Dann messe ich hier nicht mehr 12 Volt. Sondern ich messe dann auf dem Kühlschrank. Hier 12 Volt. 1,5 Volt weniger. Habe ich 10,5 Volt. Hier auf dem Kühlschrank. Dieser Kompressor von Sekop Dampfos hat einen Unterspannungsschutz. Das heißt bei 10,5 Volt Standard geht dieser Kühlschrank aus. Nach 68 Sekunden startet er wieder. Er läuft dann wieder kurz. Weil er startet mit niedrigen Umdrehungen. Und der fährt dann hoch mit der Spannung. Mit der Drehzahl. Und durch das wird der Spannungsabfall wieder viel grösser. Jetzt machen wir das so. 1,2 Volt hatten wir Spannungsabfall. Jetzt nehme ich diese komisch lange Leitung raus. Zu Demo-Zwecken. Also ich hänge jetzt hier direkt 24 Volt an. Äh, 12 Volt. Und hier dasselbe. Wenn ich jetzt hier wieder messe, hier an der Klemme plus minus. Dann habe ich hier eine Spannung von 13,1 Volt. Die genau gleiche Messung. Aber statt dem komischen 1 Quadrat Kabel habe ich hier jetzt das einfach demontiert. Ich habe jetzt nur noch, ich sage mal geschätzt, Meter Kabel 2,5 Quadrat. Wenn ich hier oben messe am Netzgerät, habe ich 13,3. Das heißt, ich habe einen Spannungsabfall von hier bis aufs Netzgerät von 0,2 Volt. Das ist okay. Alles was über ein halbes Volt Spannungsabfall ist, ist zu viel. Wenn ihr jetzt dran bleibt, zeige ich euch das mit vernünftigen Kabeln. Ich habe jetzt hier 4 Quadrat Draht. Das kann man ja einigermaßen anhängen. Zum Glück habe ich vorher das Klebeband weggenommen und die super Verbindung. Ich mache jetzt hier die Vagoklemmen. Die sind wirklich gut. Also das Kompliment an den, den es erfunden hat. Hier kriege ich auch mal ein Kabel rein, was ein bisschen dicker ist. Ich hänge jetzt den Kühlschrank hier über dieses Kabel an. Ich habe jetzt rot und schwarz, so wie es an sich gehört. Also ich habe jetzt da 2 Meter Kabel, sagen wir mal auch 4 Meter Kabel, auch wenn es 4,5 sind. Und ich hänge das auch wieder hier an. Also ich habe jetzt den Meter vom Kühlschrank einen halben Meter, hier vom Netzgerät einen halben Meter. Und dann 4,5 Meter dazwischen. Und das habe ich jetzt 4 Quadrat dazwischen gedrückt. Der Kühlschrank läuft wieder. Und wenn ich hier wieder messe die Spannung. Vorher hatten wir 0,2 Volt Spannungsabfall ohne Kabel. Mit dem 1 Quadrat Kabel hatten wir 1,2 Volt Spannungsabfall. Ich habe jetzt hier 13 Volt, 13,01. Wenn ich hier oben messe, habe ich wieder die 13,3. Das heißt, zusammenfassend mit diesem dicken Kabel, obwohl das länger ist, wie das erste Kabel hier, habe ich nur ohne Kabel nur das direkt 0,2, mit dem dicken Kabel 0,3 und mit dem Kabel 1,3 Volt Spannungsabfall. 1,3 Volt. Das ist bei 12 Volt fast 10 Prozent, die ich hier in dieser Leitung verliere. Wenn ich in dieser Leitung so viel Leistung verliere, dann wird das hier effektiv auf dieser Leitung verheizt. Das Kabel wird auch warm. Jetzt kommt der Elektriker und sagt, ja, den Kühlschrank schließe ich immer mit so Kabel an. Ja, zu Hause. Zu Hause habe ich 240 Volt. Hier habe ich 12 Volt. 240 Volt sind 20 mal mehr Spannung wie bei 12 Volt. Wenn ich 20 mal mehr Spannung habe, habe ich 20 mal den kleineren Strom zu Hause. Und hier habe ich 20 mal den höheren Strom. Wenn ich 20 mal mehr Strom habe, brauche ich 20 mal dickere Kabel wie zu Hause. Ich mache euch hier unten einen Link über die Kabelquerschnitte. Aber so ein Kompressor-Kühlbox, ein Kompressor-Kühlschrank auf 12 Volt. Die Länge in Meter von hier bis zur Batterie oder dem Netzgerät. Am meisten geht hier die Leitung ja weiter aufs Netzgerät. Hier müsst ihr Länge in Meter, sollte dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Dieser Kühlschrank ist nicht kaputt. Doch, ich habe ihn jetzt abgeraucht, aber das ist ein kleineres Thema. Der funktioniert. Das ist ein super Kühlschrank, ist von WECO. Funktioniert, tut, aber hier liegt es effektiv an der Elektrik. Wenn ihr... Ich muss noch was holen. Das ist mein Katalog über Kühlboxen. Den verlinke ich euch natürlich unten drin. Hier auf Seite 53 könnt ihr selber lesen. 80% der Störungen sind auf mangelnde Stromversorgung zurückverführen. Ich mache seit 50 Jahren Kühlschrank. Oder damals habe ich angefangen im Sandhaufen damit zu spielen. Ich weiß, was ich erzähle. Das schreibe ich nicht im Verkaufskatalog so dick, dass man dicke Kabel verwendet. Wenn ihr 10 Meter fährt im Wohnmobil, kann es ja sein, dann nehmt ein 10 Quadrat Kabel. Spart nicht am Kabel. Und eben, da so Telefondrähte hier. No go. Der Kühlschrank ist in Ordnung. Der funktioniert. Nur das hier ist richtig. Wort mit der S. Ich wünsche euch... Katalog verlinke ich euch unten. Den gleichen Kühlschrank von mir habe ich im Katalog drin. Das verlinke ich hier oben. Und ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hängt mir die Kühlschränke vernünftig an.